es kann sich aussagen wenn man mit seiner waffe umgehen kann deine schüsse können abbreiten und sogar auf den trupp reflektiert werden so wie soll ich da müssen wir ja machen du kannst dich ja jetzt auch nicht was auch nicht wieder die abläuft ja dann mache ich die türen auf mein gott das tower defense die fans und ich habe mir ist ja zu verwenden eine menge tower ja oh gott ich habe nichts gegen einen titan was er platziert ich habe gewachsen und ich habe da was gemacht Huh? 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 Wird einfach ein blödes Ding, der ist mit einem Schlag weg. Ja, bringt das gar nichts. Ah, dass alle Raketen gestartet sind. Die Demokratie ist gelaget. Wieso ja gelandet. Ich hab mich auf den Tatan geworfen. Oh, da war's. Oh, da war's, wohl. Die neuen Gegner gibt's hier schon da. Aufgerechnet. Der macht mich gar nicht hier fertig. Ich komm nicht wieder da, ich hab nicht. Alter. 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 Die Rakete haben wir. Wow. Warum kann man evakuieren? Nein. Da gibt's schon noch mit zwei. Wir wissen nur nicht wie. Neue. Ich weiß niemand, der macht dann das. Ich weiß niemand, der macht dann das. Hattig, was da war. Das ist überall, um röder hinstellen der Gegendschutz. Und der ganze Schiff, wir sind nach ganz auf dem Fall. Was hat ich jetzt ran kommt? Oh. Was man erwartet ist. Bereit zu befreit. ich habe schaden da drin genommen ich weiß nicht was das bedeutet ja wir sind nicht mehr machen müssen ach quatsch und vier leute dagegen machen ja kann so allein machen bei mir stand noch nicht verstand bei dir nicht bereit wir sind niemals bereit hierfür das stimmt wir müssen ja wieder den felsen suchen da habe ich noch abgeschossen das ist so weit für form sind wir hier schon vier proben habe ich kann es wieder nach der antwort wenn wir da ein schuss hier nach planen ausgezeichnet ok spielt mein gott forschungsstation kann okay na dann mal los ja ich auch das ist aber irgendwie so funktur und aber darüber weil ich gerade schon gespawst bambu kamst du hier so etwas rotes satire vielleicht mit mess von den ich sehe ein loch auf jeden fall ich habe einfach mal nein was soll ich am leben ja da aber man muss nicht so schnell aber man muss nicht so schnell da ist ein stürmer lasst mich mal euch hier erledigen wenn es geht ich mach ihn erst ja kaputt war gott dabei ist da ich krieg hat mich getroffen zwei dinge habe ich kaputt war aber kein pärcher ja 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 gott ist er gut da waren aber nicht die vorräte war okay noch ziemlich gut nicht gestorben meine schützbarer muss man die man das hier also schon mal sehr gut ich war ja proben man sammeln ich bin leer Ich bin leer. nur noch mal ein bisschen nach vorne pflege und ganz ein bisschen weit nein das war gelandet dann macht die bäume da weg leute ich mal zu mir um kollege ich habe nichts gemacht ich habe mir meinen raketenwerfer die ich habe mir meinen raketenwerfer gerade gezielt gemacht rechte probe und kommen wir da nicht nachladen weg du stück das nächste das schon als zweites getan weg vor bier ich zündlich an ich bin tot ich bin einmal stehen geliebungen auf dem zu schießen hatte mich dort ein wohl sagt ich kann wissen ich glaube das hatte ich getötet da warte leute ins gericht ins gesicht das tod ist weg komm herr kollege ja ich bin ein gegner hier kommen hat feuerding hat er ist da noch sehr vertellerie ok machen wir nicht nein da kommt jetzt schon wieder nicht draus dann gehe ich da rein gott er ist ein fehler er ist tot oder auch nicht bewegt sich aber immer noch der bewegt sich mal auf zu wählen danach bewegt er sich noch mal irgendwie jetzt glaube ich echt tot oder ich tanze auf seiner reiche er ist tot von denen kommen diese riesigen kranken hier noch vor heute wir müssen ja ding ersammeln schreiben die bäume ja von zweck und so hat liefern lassen du musst irgendwas liefern lassen auf milch und proben okay ich habe das ding da kann ich meine alten eingesammelt merke ich gerade ja ja ich sehe das ist ja schon die probe einsammeln meiß ich sein ich sage darüber dann muss ich sie Monte ... ... da hat sonst haben wir leute da bist nicht da habe ich auch da geschubst aber ich habe keine paketen mehr man ich habe richtig gelandet ist aber man nicht so weg ich kann nicht anzünden ja ja nein ich dachte ich hätte ihn mit meinen links getroffen mit meinem help hat ich stecke fest aber habe ich die gegend bin abgeprallt damit nicht mehr weiter anlegen geknallt auch ins gezächt ist der tot oder der schlimmer sind bevor er ist da ich gehe ans terminal wir sind der geschützt aber das war wird ja lustig hier sieht man irgendwie eine explosion aus meiner dass meine knarre wenn ich damit schieße michael bei wach allein gesteckt ich höre mal dicker hat da kommen wir ein kollege was wir gemacht hat aber auch ich kann gar nichts machen was uns nicht umbringt ich habe alle meine gelenke sind verküppelt gewesen müssen wir nicht mal wüsste oder werne ja ich meine tag der typ aber gerade sind irgendwie drei vier stück von den typen wir nötigen telefon sein ganz terminal dann und auch schauen wir mal die tentakel abschießen ja schon nenne ich so weg leute geht er weg geht er weg einmal panzerabwehr aktiviert ja ich werde wiederum zingelt weg ja 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 in fliegen gegangen muss ich er noch was ich weiß gar nicht wo der ist nur fünf das ist der zweimal panzer genau stimmt ja jetzt reden wir uns alle maria ganz kurz ab ja jetzt mal sehen soll mich dadurch hier gegen geflogen bin meine ich kann gar nicht dazu den zu gesicht zu bekommen ich habe den kein einziges mal gesehen ja ich habe ja noch nicht gesehen überall anderes zeugs ist ein stürmer in unserem vorreden kaputt gemacht der sack jetzt kommt ich sage die türen die ganze zeit das sind die höhere was warum sind ein paar sachen proben und so hier sind auch proben ob hier sind eine sache noch eine tür auf 14 minuten nicht gerade natürlich genau bei der einen das sind unsere bürger letzte ladung kommt ich weiß nicht schon mal das ist war dann hast du war spritzen Nein. Gott. Hm-hm. Oh Gott, ob die alle her. Schön Gruß von der Demokratie. Oh und ich sage schon wieder hin hat schweres nest nein danke in der hause aus die diese felsen sind die genau gleich aus überall oh gott naja ich habe keine dinge ist mehr mein gott wie viele erkenntnisse muss er noch ich glaube da war schon tot aber ein bisschen getan kein dings mehr über kreis oh man oh man oh man entschuldigt mich mal kurz danke 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 aus dem weg aus dem weg da war ein lassen stürmer dann verziehe ich mich aber ich glaube ich werde auf reden aber hauer 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 hat danke aber ich bin ja am überqueren schon aber wir sind auch gegner müssen wir noch hier na da kriegt mich mal hier oben nicht eine beine sind zu lang um hier zu navigieren wer hat er mich nicht getroffen sei da habe ich auch das stimme deswegen bin ich auf mich zugekommen ja ja was geht ich komme nicht dazu stecke gerade voll fest ich komme ja nicht mal aus dass mich hier aus leute wer hat man sich im ort irgendwie war der selber leben warum ist ja alles noch haben wir hier haben wir ja alles nicht ich komme nicht raus nicht ich stücke im fall so zwischen so einen blöden das mich mal ist ja jetzt habe ich meine nein meine meine verteidigung kaputt gemacht warum bist du jetzt auch mal hier ja ja ich bin im felsen dann jetzt kriegst du mich nicht mehr das war nicht schlägt sie einfach ja ja jetzt bleibe ich erst mal hier woh ja 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 ich bin sowieso tot wenn man da zurückkommt ich habe einen moment angehalten auf den zu schießen da hat er mich schon direkt eingeholt ich habe es geschafft okay was los heute ich bin wieder zu schwierig geworden für uns auch erst mal ein schokobong also ich habe viel abgeschossen 22 nur eine ist ok terminieren schwaben verteidigen müssen wir daher mehrere anzahl zu reduzieren dagegen habe ich was da wird schon klappen alles klar raumfahrt prime chief los geht's ja physik ist so faszinierend hey wie es aus michael ja you lieben allein okay was er ziemlich easy ich habe es gemerkt ich renne schon wieder bin ich vergiftet holen wir bescheid zu danken na das war einfach bis alles hier getötet wird und dann geht er ist nicht getan ist das ist diese eigene kollege da war so da ah 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 ich bin doch heute reichen einen die blöden tentakel ich sehe meistens gar nicht in den ganzen haufen ich bekomme den ganzen chaos gar nicht zur gesicht die meiste zeiten ja da kenne ich ja ich muss mich erst mal aber da ist ein titan Aua! Irgendwo da war Insekten sind so schillig Da habe ich gerade voll daran hoch Ja Für mich ist dann eigentlich diese mission ist dann eigentlich nur irgendwie soweit nicht ausdauer Jetzt wird er gerade getötet da 40 prozent Naja das ist halt die strategie einfach irgendwas inwerfen hat für dich tötet Nein, war da wieder geworfen Ich komme ja nicht dazu irgendwas zu machen Aber gegner sind wir Ah 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 Ja doch mal weg leute Ist doch nicht echt überall sein oder ich kümmern mich die ganze gleiche bier und sowieso nicht ich nehme mich mit aber du bist oder das ist nicht ich habe schon gerade er geht auf den weg aber 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 wie sagt genau so bin ich auch nicht dagegen geflogen nur noch höher geschafft wieso macht der pd kann schon aha Ah Ah No Warte Da war Ja Ich habe aber abschließend an einem anderen gegen näher oder an seinem gesicht weil er sich gerade eliminiert von dach weges Ja 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 ich weiß nicht mehr irgendwie geht das nicht neuer stück ich glaube ich habe ihn getroffen ja oh my god da denke ich gar nicht da und mit dem schrotgewehr hier feuer macht ihr genug schaden ans ausgleich haben wir es ja ja machen wir nicht weiter keine karte gar nicht raus so klein wie es meine schrautfläche liegt ja überall am boden überall liegen die bei mir da habe ich gestorben und da bin ich gestorben und ganz doll da diese eine tote sticht immer noch ein gott hier sind voll viele keine güte wir alle ja am anfang nur eine sekunde pdk sind leicht zu weit wir wissen nur etwas technologie noch einsammeln weil er sich nicht bewegt man kann sich nicht abschließen heute seine zentakel daraus hat ich habe den hat abgeschlossen dass sie seit den tagen im boden hatte im gesicht nämlich man ist er auf dich losgegangen eine fehlt noch so auf die zeit muss sagen oder irgendwie 150 oder so irgendwann da kommen schließlich der freiheit an für den kick und gar gar kohle seitdem gewinnen englisch ich bin noch herr im gebiet mein gott ich will auch noch für uns suchen kregen mein gott wo ist das eine ding vielleicht existiert sie gar nicht ist er verschwunden oder war er vielleicht niemals da das kommt schon war bestimmt irgendwo hier unten in der mitte vorwärten ich habe die meisten freien gefunden ja nämlich eine güte nicht also habt nein eine minute er war ich mal noch mal proben ja er wird ich gehe nix er war quer geschlagen wir sind doch hier und dann sagen ich nehme jetzt war nicht auf die liste aber diesmal in den dings finden ja ja ordnen sich eigentlich die sachen die man ja aus das ist ja die sachen die man rufen an die ort die ordnen sich an wie man die ausgewählt hatten das war ein podcast gemacht da kannst du von dir aus der dinge sehen es müsste irgendwo da müsste irgendwo sein was nein was kommt da alles naja titan da ist ja die antenne von dir aus das hat ja so eine schroth flinte die jeden einzelnen schluss nachlebt keine live streams mehr für euch leute die salub gestorben am brennen war ich habe es sich jetzt ja gut ich mir jetzt auch gut dank irgendetwas hier nein okay aber eine habe ich gerade gefunden wenn ich ich muss schon langsam wieder motion ohne mhm ist das da wo wir eben müssen das war punkt zur aufzucht kann man finden ich sehe da hinten schon ein letzter da haben wir ja klar ich habe ich drückt ja nicht in den stürmereien mit wo bin ich sehe nichts ich sehe nichts war das stimmt was aber noch da hat mich bestätigt der startung ist unterwegs ändert noch ein jetzt ist die markt mal so alle löscher so was er schießt ich weiß nicht ob er schießt das möchte einsteigen danke und er ist auch ein acht von der stürmer dafür sind sie sich bitte das tod glaube ich ein finger weg 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 ich steile mich schützen vor dem ding interagieren dann der luft haben wir beschützen das ist schon dampfen war genau aber stürmer sich gerade ich bin leicht tot hier in dem ding aber ich nehme ich noch mit wenn ich ruhig über hinlaufen ein paar kreis her war okay sind meine sachen wieder liegen gerne ja na so wir müssen dazu machen also nur ein ding das gibt es einfach nicht ich bin soweit auf die schließende leute bringt aber die meine angezündeten das mal ausprobiert Ah das war so mal ja aber es ist ein neuer planet muss man doch der station da könnte helfen nein 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 ok und schon dran war nur bis er denkt okay noch lange warten der nachschub ja ja du musst mal gucken weiter weiter ja da ist ein paar schon ist ja da ist ein kreisstand ist es ja auch kleine sehenswürdigkeit kleine sehenswürdigkeit ja welche davon ist ein bisschen sowieso erst mal im mission und kreisern pierre sind anscheinend auch hier ich krieg die von beiden nicht erwischt spritzen ja na gut ja mein ding immer noch nicht an man wie habe ich denn verfehlt ein gewerkt was mich nachladen er legt immer noch mich zum brennen ja er hat es gemacht er wird geschützt wo kann man sein ich wollte nicht markieren aber okay naja ja ich habe gewählt aber nicht wahr muss ja wenn wir mal sehen ich finde wieder den einen typ nicht ja und den tagel auf dem boden ich glaube ich habe erwartet ich weiß nicht wie du ich die weise geht ja mal weg ja ich finde das loch gefallen und die ganzen proben auch aber schon wieder nicht wo der typ ist was ich mache ich komme denn sowieso ich bin sowieso nicht erweiter aber dass der titan naja ich bin hier ich bin schon wieder tot naja fein hat loch ein ich will von der weg rennen gute idee sowieso nichts mehr da machen anderen sein von dem weg wird mich bloß nicht auf den ich habe mich deswegen nicht machen kann ich verfehle mich aber da kommt schon hier leute ja nur einmal kurz anzünden da wieder abhaut leute wir haben getroffen oder tot ja da irgendwie sind wir gerade bei der sehenswürdigkeit das aber nicht die richtige glaube ich das war am leuchten das wäre eine typ muss ich habe keine waffe gestorben in der richtung in der umleben ja ich habe einen tag herauskommen da kann man auch wieder gegner ich war ziemlich von mir hier schon mal richtung anderer sehenswürdigkeiten erst mal wieder zurückkehren weil du wieder da bist aber noch weg zu rennen jetzt muss ich wieder einrufen damit drei sachen aufnehmen kannst weil wird er uns aber nicht verfolgen weil die halbe karte ich habe den von hier aus die letzten tage von spacer muss irgendwie schaden nehmen wenn wir die dinge abschießen also jetzt hat er auch auf uns anzureichen dachte er kommt irgendwie mit so einem nebel oder irgendwie so weit nach dem frage ich dachte da kommt irgendwie mit so einem nebel oder irgendwie soweit laut dem wieder an anderer vielleicht hat hier weiß irgendwie so ein effekt hier auch von der level oder so dinge wie so lange dauert da ist eine sehenswürdigkeit mal schauen jetzt gelesen kokonat nein cookout ok verkehr jetzt noch den ganzen mit da unten ist so super und der zum pilz ist auch noch dann erst hier kann ich denn hier abschließen also auch noch hier sind genau davor die säcke ich glaube ich habe ich auch gesehen das wird ein bisschen blöd ich glaube ich dass ihr ihr lebens weg kommen hier ist ja schade oh nein klimper wenn ich noch wird ok 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 also fliegende fücher habe ich noch gar nicht gesehen wir schauen ich ich werde größter du nicht weil ich einfach nicht in der tue man eigentlich sterben wenn er irgendwie auf einen landet auch mal nachher ja 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 hinsichtlich da sind hat die nester in der richtung ich habe schon ja da sind ich brauche drei schüsse mit den raketen 123 wie viele muss ich von denen erledigen 1 2 3 der worte 4 die sind schon mal weg ja mal zum pierce an ist aber du kommst klar sie hat schon da sehe ich einen unsichtbaren mein mecker ist feuerlich ja ab nein kommt dann da war es aber von der feuerpflege auf der evakuierung bitte dagegen hat nur zwei schuss deshalb gar keinen schuss mein geschäft aber die gute nach ist der tatan ist kaputt ich habe angefahren wenn ich eine granate alte gut zu wissen ich kann keinen kampf angefangen wenn ich eine granate halte er will ich schon meine sachen warum biebte die erde deswegen nein ich habe dann übrigens ja ja und für arbeitsbedingungen mal dafür soll man ja so rumlaufen aber kurz habe ich nicht was er hat war der weg habe ich getroffen nein 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 nicht jetzt nicht nicht verstecken leute stückte zwischen zu zwei kisten fest zwischen den beiden kisten da denke ich wäre es ja ich glaube ich habe wirtschaften aber wenn du jetzt schaffst bist du voller pro so rennen warum schon warum schon nein 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 was warum ich war hier ist ja ich sehe diesmal sehe ich ihn aber hier sind normale proben die brauche ich nicht ich wüsste wo die sind die zecken die zecken die 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 Vielen Dank.